Alright, gehen wir rein. Auch wenn ich ein bisschen skeptisch bin. Was das ganze angeht. Bevor wir das machen, auch... Was meinst du, almost? Grab die Krate und geh deinen Arsch an! Es ist mein Bruder! Du! 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 always up alright, enough slacking around! Get that shit off the street! If you're in such a hurry, you do it Looks like no-one's taught you your place yet Okay wir haben auf jeden Fall Scharge here und ein Graffiti die Gerechtigkeit Die Gerechtigkeit ist die Karte der Konfliktlösung. Sie verkündet die Notwendigkeit von Ordnung, von Erkenntnis über Lügen und Täuschung und eine Wiederkehr zu einem natürlichen Zustand. Gerechtigkeit beinhaltet nicht nur einen Richterspruch, sondern auch ein ordentliches Verfahren. So, das waren Scavs, oder? Ja, Scavenger. Wir haben noch kurz hier einen Fähigkeitspunkt. Denn würde ich... Das letzte Mal hat uns noch Reflex, was gefehlt. Darin Reflex investieren. So, da ist Regeneration beim Sprinten. Furry Road. Abrissbinde mit Stumpfer Waffe. Power Slide, erhöht die Rutschdistanz, erhöht die Spring- und Klettergeschwindigkeit. Stunt-Joke. Bonus-Zerstörung mit Granaten. Schnelle Benutzung von Gesundheit-Items. Das hört sich gut an. Schadensminderung. Bewegungstempo erhöht. Heckanreihung. 10% Speicher-Generation. Rückverfolgheit. Car-Hacking. Gibt so viel Zeugs, was eigentlich spannend oder wichtig ist. Die Rückverfolgung finde ich eigentlich noch interessant. Oder das hier. Mehr Explosionsschaden durch gehackte Geräte. Heckanreihung hört sich auch interessant an. Trifft nur Smart-Waffen. Fahrzeug-Quick-Hacks hört sich auch spannend an. Ich nehme mal die Rückverfolgung. Und schleiche uns mal hier rüber. Und töten mal jemanden. Schön leise. Mal schauen, was es hier gibt. Nachricht, Warnung. Ivan Medvev. Slave for life. Jemand an der Chik-Chik-Chik hat Fragen über unser Studio gestellt. Wir können uns also entweder darauf gefasst machen, für den Filmpreis nominiert. Oder überfallen zu werden. Die Leute fragen, weil unser Scheiss richtig gut ist. Spricht sich halt rum sowas. War nur eine Frage der Zeit. Und wenn uns jemand überfallen will, sollen die Wichser rückversuchen. Wir sollten trotzdem die Wachen draussen verdoppeln. Für den Fall, dass die Leute uns wegen Autogramm die Bude einrennen. Markieren wir doch mal die Leute. Drinnen haben wir auch ein paar. Aber... Nee, das ist niemand. Oben sehe ich gerade niemanden. Da hinten auch nicht. Doch, jemand ist noch oben. Okay, ich glaube das sind alle. Dann schalten wir das mal aus. Und verlinken uns noch. Datum, einen Quick-Hex und Schema-Attackstrahieren. 5-5-1-C. 1-C-E-9. Okay, geht nicht. Schade. Können wir den Fernseher bitte ausschalten? Okay, da ist auch noch jemand. Das können wir nicht öffnen, schade. Oh, bitte. Verschwiegenheitserklärung. Ist das irgendwas... Spannendes? Oder bloß Müll? Okay. Bloß Müll. Ich wollte die Waffen eigentlich noch wieder tauschen. Ich habe hier übrigens noch mal ein Sturmgewehr gemacht. Ein Powersturmgewehr. Selber hergestellt. Und, äh, auch eine Schrotflinte, glaube ich. Müsste eigentlich die hier sein. Genau, eine Tech-Schrotflinte. Wolle ich mal ausprobieren, wie das sich so spielt. Den Typen können wir auf jeden Fall ausschalten. Leise. Ich bin jetzt schließlich das Assassinen-Ding. immer noch etwas höher dringen. Ansonsten gibt's hier hinten nix. Auch kein Fenster zum Einsteigen. Ich möchte eigentlich alle hier wegkriegen, irgendwie. Wer geht jetzt dorthin? Da geht's mal schauen. Nee, ich bin weg. Na ja. Versäuchung. What was that? New episodes every Wednesday. Only on WNS. Oh, that was close. We find you one way or another. That was close. And now the next one. Huh? Knappes Ding. Das war ein Netrunner hier. Das war ziemlich knapp, Blöte. Können wir auch versorgen? Okay, schade. Dann halt hier den Kofferraum. Ich dachte, ich hätte die Kameras ausgeschalten. Ich muss mal speichern. Nochmal kurz schauen, ob hier irgendwas ist. Wahrscheinlich ja nicht. Ah, ne Waffe, Munition. Und Splitte. Boah, den hat's richtig zerfetzt. Okay. 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 So kostet mich das ein Speicherpunkt mehr? und dann che- wieso kann ich das nicht tun? Oh shit. Oh shit, Spägel. Komm schon, dreh dich um. Komm schon, dreh dich um. Komm schon, dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um. Komm schon, dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um. Ja, fast vergessen. Komm, why not, nach dem Schleichen ein bisschen Action. Oder hat sie gesagt, ich soll leise reingehen? Vielleicht, vielleicht wäre das schlauer gewesen. Okay, wenn ich es mir so überlege, wäre das eigentlich schlauer gewesen. Auf jeden Fall, irgendwas unten passiert mit. Lissi, bin ich vielleicht jetzt schuld, wenn ich zu langsam wäre. Wäre schlauer gewesen. Ach, come on, gewaltsam öffnen. Hier drin gibt's... ...gar nichts. ...wäre bloß die andere Tür gewesen. Naja, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal nach unten. Dann fühl ich mich auf einmal. Dann ist es schon mal dahin. Dann wird das schwer. Dann warte ich an. Dann warte ich an. All right. Dann bin ich da drin. Ich bin an. Ich bin mal oben. Ich bin hier. Wir müssen bis zu Level Minus 2. Ich glaube, das ist wo sie sie behalten. Äh, schön. Razor. Haben wir einen Splitter? Haben wir nicht? Hör das? Das Shirt. Ich weiß es. Was auch immer da steht. Keine Ahnung. Okay, wir sind auf jeden Fall auf der Spur. Auf der richtigen Spur. Die Kamera ist nun freundlich. Lass mich kurz schauen. Keine Ratte. Scavenger. Noch jemand? Köter. Ziemlich dunkel hier drin. Okay, da sind noch mehr. Sollten wir wahrscheinlich trotzdem eben leise sein eigentlich eher. Die Kamera ausschalten. Hm. Okay, da drin ist sicherlich jemals. Fühle Julie durch. Ich dachte, die Kamera wäre umgeschaltet. Okay, jetzt sieht sie aus wenigstens. Okay, es ist ziemlich dunkel. Für mich. Und wie auch für euch. Ich habe keine Angst. Für mich sieht es nicht viel hell heraus. C-Cath. Halluzinogene, experimentelle Mischung. Okay, die stellen also wieder Drogen her. Willst du es auch anders sein? R-P-M. Used to sprinkle it on my breakfast. Schön, danke für die Info, Johnny. Eine selbstgemachte Mischung aus Kerosin, Bleichmittel und Batteriesäure. 75 Liter Hauptbestandteil der Droge R-P-M. Kann ich jemanden nach hier drüben locken? Ich habe keine Angst. Gereckte Mischung aus Kerosin. Ist das eine Angst? Das geht weiter hier? Ich habe keine Angst? Du bist so, wir haben keine Angst. Ist das ein gegründet? Es kommt nicht so, wir haben die Angst. Oh, das ist gut. Schön. Ja, ja. Chemikalien, lautloser Killer. Lass mich den kurz mitnehmen. Gibt schliesslich Erfahrungspunkte. Schwarze Braindances. Versand bereit. Bereit für den Versand an Käufer. Bekäufer in ganzen Night City. Okay. Schwarze Braindances heisst dann wohl... ...eben vom Schwarzmarkt. Eben vom Schwarzmarkt. Hm, BD1C E9. 551C. Nice. Okay, ansonsten gibt's hier nix. Okay, spreche. Weiter geht's. We need to get into the hallway, past this room. Okay. What about them? I can always just get rid of them my way. Your car, but you gotta make it now. How do you know? How do you know? I've seen his body. I know. He's the boss, isn't he? So he should live like one. He's the boss because he can... He's the boss. Pussies like you. It used to be that pussies were just pussies. It was without dicks in our hands. Hey, what the f- Take him off. Incoming! Eat it, assholes. Looks like you got them all. Now Delta to the hallway. Das lief gut. Diese Rohre sind trotzdem noch ziemlich nützlich. It's okay. Don't answer that. It doesn't matter. Your votes are useless anyway. Both parties are pussies. The same old bullshit. Cancer capitalism. A libertarian dystopia. They have still sick. Oh, basic empathy. All I want for you is to slave away until you drop dead. To be a cog in the machine. Do you forget you're even human? Back in the samurai days, we place ads in this thing. Looking for background. Dancers. Looks like you weren't the only ones with bright ideas. It was a veritable gold mother. Women. Rain Dance Magazine. Talented Night City. Jobangebote. Magazin für Schauspieler auf der Suche nach unbezahlter Arbeit. Behold! Poverty in every... Alter, bitte mal Ruhe. Ich weiß eigentlich, sollten wir ein bisschen uns beeilen. Aber ich muss alles hier mitnehmen. Behold! Behold! Geh! Alter. Tja. Tja. Taht. Tja. Tja. Gehen wir müssen da lang. Ich würde zuerst sie ausschalten. Nimmerschön ganz umbringen. Schliesslich machen sie das ja mit anderen Leuten auch nicht besser. Alter. Die zerstücken wirklich Leute. Kann ich echt nicht viel gut heißen. Was hat mir jetzt das gebracht? Das Zeug zu hacken? Keine Ahnung. Ich werde dich nicht verletzen. Ich werde dich nicht verletzen. Ich werde dich nicht verletzen. Er ist los. Terrible. Sie sind weg. wir sind schon ziemlich weit über der Zeit ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es weiter geht hier und wir die endlich Lizy-Wizy finden vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal haut rein, tschüss ich got you in 2077, die Votten für meine Stadt der schlimmste Ort in der Amerika Hauptprobleme ist der höchste Rade der Verbrechung und mehr Menschen leben unter der Poverty-Line als woanders und mehr als Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. The next generation of open world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai. We have a city to burn.